Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich in der großen Radwelt. Wir haben bei dem schönen Wetter auch wieder ganz tolle Räder für euch, die dazu einladen, dieses Wetter auch draußen zu genießen. Hier möchte ich euch wieder ein spannendes Rad vorstellen. Feld hat ein Kinder-Fatbike auf den Markt gebracht. Sie sind davon ausgegangen, dass sie auch Kindern die Möglichkeit geben wollen, viel Spaß mit einem Fatbike zu haben, entweder im ganz schmutzigen Gelände oder im Schnee oder im Sand, je nachdem, wo man halt gerne Fatbike fährt. Uns gefällt natürlich auch besonders gut die Farbe. Es ist grau-blau und limetto-orange. Unsere Firmenfarben findet ihr in den Felgen wieder. Das Rad hatte eine 21-Gang-Shimano-Schaltung und verfügt über zwei Scheibenbremsen. Im Gegensatz zu den bekannten Fatbikes ist es halt ein ganz kleiner Rahmen mit 24-Zoll-Rädern. Macht wahnsinnigen Spaß und sieht auch noch spannend aus. Dieses wunderschöne Rad und viele andere Räder findet ihr bei uns in der großen Radwelt in Markkleyberg. Unseren Laden findet ihr im Süden von Leipzig an der B2 Abfahrt Markkleyberg auf dem Marktkaufgelände.